Dann können wir jetzt im Ablaufplan weitermachen. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 46, Antrag der Fraktion DIE LINKE, Prävention und Bekämpfung von Frauenmorden, Femiziden mit der Drucksache 20-2570. Es kann aber trotzdem ruhig bleiben, auch wenn wir jetzt einen Tagesordnungspunkt geschafft haben. Als erstes hat sich die Abg. Böhm von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Ich warte aber noch ein bisschen, bis ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Kleiner Augenblick, Frau Böhm. Ich wollte noch ein bisschen warten, weil es noch so viele rumstehen und laufen da rum. Das soll ja nicht von Ihrer Redezeit abgehen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Ich würde doch gerne um Ruhe bitten, weil ich finde, auch Gewalt gegen Frauen ist ein Thema, was das ganze Parlament angeht, und nicht nur ein Teil des Parlaments. Jeden Tag gibt es mindestens einen solchen Mordversuch. Frauen sterben gerade in Partnerschaften, weil sie Frauen sind. Darum gibt es diesen aus Lateinamerika stammenden Begriff Femizid. Diese Morde sind die traurige Spitze eines Eisbergs. Jede dritte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens schon als Mädchen sexualisierte Gewalt, oft schon als Mädchen. Die meisten Gewalttaten und sexuellen Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen erleben Frauen in der eigenen Wohnung. Der angebliche Schutzraum, die eigenen vier Wände, existieren für viele Frauen nicht. Diese Erfahrungen gehen quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen. Diese Zahlen sind auch lange bekannt. Der Umgang damit zeigt mangelndes gesellschaftliches Bewusstsein für die Situation von Frauen, Mädchen, aber auch von trans- und intergeschlechtlichen Personen, die ähnliche Leidenserfahrungen machen. Häusliche Gewalt bleibt eines der bedeutendsten Dunkelfelder in der Kriminalstatistik. Mit dem heutigen Setzpunkt fordern wir die Landesregierung auf, das Thema wirklich ernst zu nehmen und ihren Beitrag dazu zu leisten, dass Frauen nicht weiter Gewalt angetan wird. Kleinen Augenblick. Auch die Gespräche auf der Regierungsbank bitte draußen führen. Ursprünglich war der heute aufgerufene Antrag bereits für die Landtagssitzung im März vorgesehen. Dann kam Corona. Aber schon damals war klar, dass das Thema häusliche Gewalt durch Corona nicht an Bedeutung verlieren wird. Im Gegenteil. Das Zusammenleben auf sehr engem Raum, welches fast unmöglich macht, hilft sich unbemerkt, Hilfe zu holen. Die Beschränkungen auf die Wohnungen, die es verhinderten Gewalttaten jeglicher Art aus dem Weg zu gehen. Die Zunahme von Verunsicherungen und Ängsten, die in einer patriarchalen Welt immer wieder dazu führen, dass ein Teil der Männer sich der eigenen Überlegung dadurch zu sichern glaubt, dass sie dransalieren und schlagen. Das alles führt zu mehr Gewalt gegen Kinder und Frauen. Vor dieser Entwicklung haben Aktivistinnen und Beratungsstellen vom ersten Tag der Ausgangsbeschränkungen gewarnt. Gut ist, dass in Hessen viele Kommunen zügig reagiert haben und auf eigene Kosten weitere Plätze für Frauenhäuser geschaffen haben. Von Seiten des Sozialministeriums kam zu diesen Fragen sehr lange nichts. Herr Klose, Sie haben schon fast mantraartig wiederholt, dass es keine Hinweise gebe, dass Hilfestrukturen mehr in Anspruch genommen werden in der Hochzeit der Pandemie. Das ist keine Beruhigung. Es belegt eindrücklich, dass die Gewalt sich zu Hause im Verborgenen ereignet und die Betroffenen kaum eine Chance haben, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Hier erwarte ich von einem Sozialminister, der auch für Frauenpolitik zuständig ist, mehr Sensibilität und mehr Einsatz. Inzwischen haben wir eine erste Studie der TU München vorliegen, die die Erfahrung von Frauen mit häuslicher Gewalt in der Pandemiezeit dokumentiert. An der repräsentativen Befragung haben sich 3.800 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren beteiligt, und die Zahlen schockieren. Jede zwanzigste Frau berichtet, dass ihr Partner sich angemaßt hat, zu entscheiden, mit wem sie in Kontakt tritt. 3,1 % geben an, dass sie mindestens eine körperliche Auseinandersetzung erleben mussten, und 3,6 % der Frauen berichten von erzwungenem Geschlechtsverkehr durch den eigenen Partner. Wenn wir das hochrechnen, bedeutet das für Hessen 70.000 von Vergewaltigung betroffene Frauen, und das nur im partnerschaftlichen Kontext. Da haben wir noch keine Mädchen und jungen Frauen unter 18 Jahren dabei, keine Senioren, und das alles nur in einem Monat der Pandemie. Das sollte aufforchen lassen. Aber es sind genauso viele Männer, die glauben, dass sie das Recht haben, über den Körper ihrer Partnerin bestimmen zu können. Meine Damen und Herren, um es ganz deutlich zu machen, ein so vermeintlicher Besitzanspruch ist das Ergebnis einer patriarchalen Gesellschaft, die seit Jahrhunderten Frauen herabwürdigt und zur Besitzmasse des Mannes erklärt. Dieses Besitzdenken eines Mannes über eine Frau führt eben im schlimmsten Fall dazu, dass er der Auffassung ist, sie auch töten zu können, wenn sie ihm nicht zu willen ist. Ja, engagierte Frauen haben die formale Gleichstellung von Männern und Frauen im Grundgesetz erkämpft. Aber von einer Umsetzung im Alltag bleiben wir immer noch meilenweit entfernt. Es ist zwar erfreulich, dass jetzt Gewaltschutzstrukturen in Hessen besser unterstützt werden sollen. Kleinen Augenblick noch einmal. Hier hinter der Wand ist es ziemlich laut. Also, ich würde empfehlen, ganz kurz. Er ist der Herr Ministerpräsident, er ist der Herr Ministerpräsident, er ist der Herr Ministerpräsident, er ist der Herr Ministerpräsident. Er kann auch rausgehen. Es ist zwar erfreulich, dass jetzt Gewaltschutzstrukturen in Hessen besser unterstützt werden sollen. Die 3 Millionen € reichen aber nicht, um wirklich entscheidend voranzukommen. Es reicht nicht, um Hessens Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention zu erfüllen. Wir hatten bereits für den diesjährigen Haushalt 15 Millionen € angemeldet. Die Istanbul-Konvention, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, ist seit 1. Februar 2018 rechtsverbindlich in Deutschland umzusetzen. Aber wo ist denn das Konzept der Landesregierung, das uns Anfang letzten Jahres versprochen worden ist? Aktuell wird der Umsetzungsbericht für Deutschland vorbereitet und ich erwarte ein weitgehend niederschmetterndes Ergebnis, weil viele Maßnahmen aus dieser Konvention noch nicht einmal ansatzweise umgesetzt worden sind. In Hessen genauso wenig. Warum ist es beispielsweise in Deutschland noch immer üblich, dass bei Morden durch Partner oder Ex-Partner der Beziehungsstatus strafmildernd eingestuft wird? Warum kann die Bundesregierung noch immer nicht sagen, wie viele Femizide es in Deutschland gibt? Warum gibt es in Hessen noch immer keine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, obwohl sich das zwingend ergibt? Natürlich brauchen wir auch eine fortgesetzte Bewusstseinsbildung, gerade bei wichtigen Funktionsträgerinnen in dieser Gesellschaft, z. B. eine Polizei, die bei häuslicher Gewalt angemessen reagiert. Vielleicht haben Sie auch den Artikel in der Frankfurter Rundschau vom 2. Juni gelesen. Da berichtet eine Nachbarin, wie sie gefilmt hat, dass ein Mann seine Partnerin mit Gewalt in die eigene gemeinsame Wohnung gezwungen hat und sie die Polizei angerufen hat. Die Polizei wollte das Video überhaupt nicht einmal sehen und hat überhaupt nicht gehandelt. Sie ist gegangen, und es gab dann noch ein herzhaftes Lachen mit dem Mann vonseiten des Polizisten. Ich denke, das ist kein Einzelfall. Das Echo am 7. Juni hat in einer sehr bewegenden und sehr eindrücklichen Reportage über eine Frau aus Gießen berichtet, wie diese Gewaltspiralen funktionieren. Das geht über Jahre. Schritt für Schritt werden auch sehr selbstbewusste Frauen in die Defensive gedrängt. Körperliche Gewalt steht fast nie am Anfang der Entwicklung. Fast immer kommt es zu psychischem Druck, zu Isolierung der Frauen aus ihren Freundeskreisen, aus den Familien. Es folgen Beschimpfungen, Schläge und oft auch sexuelle Übergriffe. Der Artikel des Echos zeigt die Frau, die es irgendwann schafft, Nein zu sagen. Dann kommt die Silvesternacht 2019, sie tritt auf den Balkon ihrer neuen Wohnung, und während ringsherum die Kraketen in den Himmel steigen, schlagen knapp über ihrem Kopf die Schüsse ein. Ihr Mann hat versucht, sie zu ermorden. Wenige Tage später steht in den Zeitungen, Ursachen seien familiäre Streitigkeiten gewesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Medien, aber auch der Polizeipressestellen, ein versuchter Mord an einer Ex-Partnerin ist keine familiäre Streitigkeit. Ein Femizid ist kein Beziehungsdrama. Es ist ein klarer Mord. Wir brauchen eine klare Sprache, die die Dinge beim Namen nennt und nicht beschönigt. Neben diesem beschleigerten Bewusstsein brauchen wir auch viel mehr Präventionsarbeit, die in erster Linie die Frauen stärkt, das Thema zu enttabuisieren. Wir brauchen starke Netzwerke für Frauen. Wir brauchen auch Hilfe für Täter. Wir brauchen eine Verstärkung der hessischen Beratungsangebote, damit auch die Männer zu den passenden Einrichtungen finden. Wir müssen zu den Themen der Istanbul-Konvention in den relevanten Bereichen der Judikative und Exekutive zwingende Fortbildungen veranstalten. Veröffentlichungskampagnen und Infrastruktur kostet ohne Frage Geld, auch die dringend erforderliche Verdopplung von Frauenhausplätzen in Hessen. Aber nur so können wir Leben retten. 2019 wurden in Hessen nach der Erhebung von One Billion Rising 17 Frauenopfer eines Femizids. Frau Abg. Böhm, auch wenn es nun wieder laut war, müssten Sie jetzt zum Schluss kommen. Danke. Auch dieses Jahr sind in Hessen schon weitere Frauen von Partnern oder Ex-Partnern ermordet worden, z. B. am 2. Mai in Alsfeld. Ich bin überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, eine wirkliche Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen. Das wird aber noch ein weiter Weg sein. Aber am Ende muss die Frage stehen, wie viele Femizide gab es im vergangenen Jahr, mit einer klaren Botschaft geantwortet werden können. Keine mehr. Danke schön. Vielen Dank, Frau Abg. Böhm. Als Nächste hat sich die Abg. Gersberg von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie kommt es zu einem Femizid? Es gibt eine Kriminologin, die heißt Jane Mountain-Smith. Sie hat akribisch Mordfälle an Frauen in Partnerschaftsbeziehungen untersucht und dabei ein prototypisches Muster festgestellt. Sie erklärt es in acht Stadien. Anhand eines Beispiels möchte ich es kurz vorstellen. Stadium 1 ist die Vorgeschichte des Täters. Nennen wir ihn heute mal Fabian und sein Opfer nennen wir Melissa. Fabian ist im Vorfeld bereits durch Stalking und häusliche Gewalt aufgefallen. Er ist dünnhäutig und streitlustig. In Stadium 2 beginnt die Beziehung. Fabian umwirbt Melissa. Die beiden sind verliebt ineinander. Er verspricht ihr Sicherheit. Es kommt aber auch schon zu früher Eifersucht und Sprüchen in der Beziehung wie Du gehörst mir und wir werden für immer zusammen sein. In Stadium 3 reagiert Fabian immer eifersüchtiger auf andere Menschen in Melissas Umgebung. Er nimmt ihr das Handy ab und zwingt sie nur noch mit ihm zusammen zu sein. Es kommt zu ersten Gewalthandlungen. Er schubst und bedrängt sie. Verlässt sie die Wohnung, stalkt er sie und versucht sie zunehmend von ihrer Familie und Freunden zu isolieren. Im 4. Stadion versteckt Melissa ihr Handy und untersagt Fabian, ihr nachzuspionieren. Fabian unterstellt Melissa Untreue und beginnt rachige Lüste gegen sie zu entwickeln. In Stadium 5 kommt es zur Eskalation. Fabian versucht die Kontrolle über Melissa wieder herzustellen. Er bittet, er weint, er droht mit Gewalt. Er sagt Dinge wie, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Oder, wenn ich dich nicht haben kann, soll dich niemand haben. Stadium 6. Melissa ist nicht mehr in der Lage, auf die Drohung von Fabian überhaupt zu reagieren. Sie möchte ihn verlassen und teilt es ihm mit. Fabian fühlt sich ungerecht behandelt und denkt an Rache. Er hat die ersten Mordgedanken. Stadium 7. Fabian sucht im Internet nach Mordarten und Waffen. Er versucht Melissa komplett von der Außenwelt abzuschirmen. Stadium 8. Fabian erschießt Melissa mit einer illegal erworbenen Waffe in ihrem gemeinsamen Wohnzimmer. Gegenüber der Polizei spricht er von einem Streit und behauptet, aus Notwehr gehandelt zu haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen dieses Stadion vorgestellt, weil ich deutlich machen möchte, dass es sich bei Femiziden nicht um Tötungen im Affekt handelt, sondern die Morde von den meisten Tätern sehr akribisch geplant werden. Femizide werden jedoch in einigen Medien sprachlich sehr verharmlost. Es ist von einer Familientragödie die Rede oder von einem Eifersuchtsdrama. Aber Sprache beeinflusst und definiert unser Denken. Jede Verharmlosung eines Femizids als Drama oder Ähnliches trägt mit dazu bei, dass die Hemmschwelle der Täter sinkt. Gewalt gegen Frauen wird in die Nähe eines Kavaliersdelikts gerückt oder Frauen indirekt sogar eine Mitschuld zugesprochen. Die Zurückweisung einer Frau ist nicht das Motiv eines Femizids. Die Täter denken, sie könnten die Frau besitzen und sind von starkem Frauenhass geprägt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, laut der Kriminalstatistik des BKA versucht allein in Deutschland jeden Tag, ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten, und jeden dritten Tag gelingt es einem auch. 2018 wurden 122 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Das ist eine viel zu hohe Zahl für ein Land, in dem die Gleichberechtigung der Geschlechter im Grundgesetz steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, durch Forschungen wie die der Kriminologin Moncton Smith kennen wir die Stadien zum Femizid. Dadurch können wir ableiten, an welchen Stellen wir mit Maßnahmen eingreifen müssen. Und auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen müssen sich strukturell so verändern, dass Frauen nicht mehr zu Opfern werden können. Und da, liebe Landesregierung, muss ich sagen, da machen Sie viel zu wenig. Was kann, was muss das Land konkret unternehmen? Wie können wir Politikerinnen und Politiker selbst auch in unseren Wahlkreisen helfen? Erstens, liebe schwarz-grüne Koalition, wir haben Sie wiederholt dazu aufgefordert, Hessens Frauenhäuser finanziell besser auszustatten. Frauen, die eine Zeit lang im Frauenhaus gewohnt haben und nun auf eigenem Bein stehen könnten, finden häufig aufgrund des Wohnungsmangels keine neue Wohnung. Die Plätze beim Beleg neue Frauen, die dringend diese Plätze bräuchten, kommen nicht hinein. Besonders wichtig ist, dass die finanziellen Mittel verstetigt werden. Das haben wir immer wieder gefordert und sie damals zu kommunalisieren, das war ein sehr schwerer Fehler der CDU-Regierung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Frauenhäuser haben Wichtiges zu tun, als ihre Arbeitszeit mit der Spendenakquise zu verbringen oder Förderanträge zu schreiben. Sie müssen Frauen wie Melissa aus Notsituationen befreien und sie in ein neues, freies Leben führen. Das ist ihre Aufgabe und nichts anderes. Notwendig wäre aus meiner Sicht auch ein gesetzlicher Anspruch auf einen Platz in einem Frauenhaus im Falle einer Bedrohung. Dann nämlich könnte sich auch die Hessische Landesregierung nicht mehr gegen eine ausreichende Ausstattung der Frauenhäuser wehren. Die Bundesregierung unternimmt etwas und fördert notwendige Investitionen, sodass Frauenhäuser saniert und neu gebaut werden können. Da könnten wir auch in Hessen schon viel weiter sein, denn der Ausbau der Frauenhäuser hätte längst beginnen können, wäre die Kofinanzierung des Landes früh angelaufen. Verantwortungsloses Handeln sieht anders aus. Das hessische Innenministerium muss sich hier auch ansprechen, denn sie sollten ein Augenmerk auf das Thema Stalking lenken, und zwar in sehr intensiverem Maße als bisher. Denn die Stadien zum PdMT zeigen, dass es in mehr als 90 % der Tötungen im Vorfeld zu Stalking kam. Stalking ist ein untrügliches Warnzeichen für mögliche Gewalt. Die Anfänge von Gewalt müssen ernst genommen werden. Da machen sie sich einfach noch zu leicht, werte Landesregierung. Ich weiß, dass Sie einen Flyer entworfen haben, wo die Frauen aufgefordert werden, Stalking zur Anzeige zu bringen. Das ist super. Aber dann vor Ort muss man natürlich auch sagen, dass diese Opfer dann geschützt werden müssen und dass die Täter verfolgt und beobachtet werden müssen. Es reicht nicht alleine die Anzeige. Und ja, dafür bedarf es auch einer besseren Ausstattung der Polizei vor Ort. Wir brauchen auch mehr Projekte im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit. Wir haben in Offenbach ein ganz tolles Projekt. Das heißt Heroes Offenbach. Das wird auch vom Land gefördert. Vielen Dank. Hier werden junge Männer zu sogenannten Helden ausgebildet. Sie lernen in so einem Workshop, der über ein Jahr geht, ihre Einstellungen bezüglich Geschlechterrollen neu zu hinterfragen, neu zu definieren. Und besonders sprechen sie sich am Ende gegen Gewalt aus, insbesondere gegen Gewalt gegen Frauen. Und im gleichen Zuge werden junge Frauen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und lernen sich selbst zu behaupten. Und später gehen diese Heldinnen und Helden selbst an Schulen und teilen ihr Wissen mit anderen Jugendlichen und Kindern mit. Und ich finde solche Projekte, also diese Heroes werden über ganz Hessen sehr verstärkt angefragt und sie können sich vor Angeboten kaum noch retten. Die müsste es eigentlich flächendeckend in Hessen geben, denn ich glaube, da kann schon in sehr jungen Jahren sehr viel Gutes passieren. Wir müssen auch stärker gegen sexualisierte Werbung vorgehen. Das kann durch entsprechende Passagen in Werbeverträgen geschehen, nicht nur durch das Land Hessen, auch in unseren Kommunen. Die Frau darf nicht als sich unterwerfende Geschlecht, das immer sexlich verfügbar und dient ist, dargestellt werden. Denn immer wieder solche Bilder zu sehen, beeinflusst Kinder, Jugendliche, aber auch Männer und Frauen, wenn auch häufig unterbewusst. Zu diesem Thema habe ich jetzt persönlich von der Landesregierung auch noch gar nichts gehört. Das würde ich mir wünschen. Wir können als Landtagsabgeordnete neben den sehr bekannten Hilfsangeboten wie Hilfetelefonen der Bundesregierung selber auch nochmal auf das Projekt Maske 19 aufmerksam machen. Das gibt es seit der Corona-Krise. Und zwar kann man in Verkaufsgesprächen in Apotheken das Codewort Maske 19 sagen. Und dann sind die Apotheker aufgefordert, die Behörden zu informieren und zu helfen. Das ist besonders dann wichtig, wenn, wie gerade in unserem Beispiel, der Mann nicht mehr von der Seite der Frau weicht und kein Handy mehr da ist und so weiter und sie um Hilfe bitten müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist an der Zeit, dass den hohen Zahlen von Femiziden in Deutschland mit konkreten Maßnahmen der Kampf angesagt wird. Es bedarf struktureller und gesellschaftlicher Veränderungen, damit die Gewaltspirale durchbrochen wird. Es muss sich etwas in den Köpfen verändern. Doch gerade hier sehe ich momentan die größte Gefahr, wenn ich mir erstens den Rückschritt in Sachen Gleichberechtigung durch Corona ansehe. Zweitens, wenn ich sehe, dass die häusliche Gewalt zunimmt und drittens rechtspopulistische Parteien die Gleichberechtigung ganz grundsätzlich infrage stellen. Dem allen können wir nur gemeinsam begegnen. Wir müssen Frauen wie Melissa retten. Wir stimmen dem Antrag der LINKEN zu. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Gersberg. – Als Nächste hat die Abg. Knell von den Freien Demokraten das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Viele verbinden mit dem Begriff Femizid das Entführen, Verstümmeln und Ermorden von Frauen. Viele gehen davon aus, dass das ein Problem ist, das es vielleicht nur in Lateinamerika gibt. Dort ist das Problem definitiv größer als bei uns. Jedenfalls, wenn man sich an den Fallzahlen orientiert. Aber auch bei uns gibt es Tötungen an Frauen, die sogenannten Femizide. Kollegin Böhm hat dazu auch schon Zahlen genannt. Fakt ist, wenn in Deutschland alle zweieinhalb Tage eine Frau Opfer eines Tötungsdelikts wird durch ihren Partner oder Ex-Partner, dann sind das ungefähr 150 Opfer im Jahr zu viel. Wir glauben allerdings nicht, dass der hier vorgelegte Antrag unbedingt die Lösung bringt. Ich möchte vor allem auf den Aspekt aus Nummer zwei eingehen. Wir sind nicht der Auffassung, dass eine Verschärfung des Strafrechts zielführend ist. Wie soll so eine Strafschärfung oder ein solcher Straftatbestand aussehen? Ab wann greift er, sobald man zusammenlebt, sobald man verheiratet ist? Wir sehen offengestanden ein Problem mit dem Bestimmtheitsgrundsatz. Das Juristus schon einmal beiseite gelassen. Es gibt Länder, die den sogenannten Femizid als eigenständigen Straftatbestand aufführen, wie Costa Rica, auch schon seit 2007. Auch Mexiko und Argentinien sind nachgezogen, sowie insgesamt 18 lateinamerikanische Länder. Das hat sich aber leider nicht positiv auf die Zahlen ausgewirkt. Im Gegenteil, präventive Maßnahmen sind dann auch noch vernachlässigt worden. Uns wurde der Eindruck vermittelt, mit der Einführung der Änderung des Strafrechts sei dann auch irgendwie das Problem gelöst. Die eigentliche Frage ist aber doch, warum wir es nicht schaffen, die Tötung von Frauen unter die bereits bestehenden Tatbestände des Mordes zu fassen. Sind diese wirklich so ungeeignet, um geschlechtsspezifische Gewalt zu erfassen? Das glauben wir nicht. Bei diesen Tötungen von Frauen, über die wir heute sprechen, wird das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe oft verneint. Das geht zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2008. Darin wurde entschieden, dass das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe im Zweifel stünde, wenn die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will. Ich finde das unglaublich. Das führt dann zu Verurteilungen wegen Totschlags. Da kann das Strafmaß dann eben gemildert werden. Es fällt uns und auch der Rechtsprechung meist nicht schwer, wenn wir die sogenannten Ehrenmorde erkennen wollen. Sie werden meist einem anderen Kulturkreis zugeschrieben, einem strukturellen gesellschaftlichen Problem. Wir müssen aber darauf aufmerksam machen, dass Gleiches letztlich auch für die Tötung von Frauen von dem Partner oder Ex-Partner gilt. Egal, aus welchem Kulturkreis das Opfer stammt, müssen wir erreichen, dass Trennungstötungen nicht zu Strafmilderungen führen dürfen. Das verlangt im Übrigen auch die Istanbul-Konvention. Dazu benötigen wir aber keinen anderen Straftatbestand, sondern einmal eine zeitgemäße Auslegung. Der sogenannte Femizid lässt sich mit dem Tatbestand des Mordes lösen. Die Ursachen der Gewalt liegen in ökonomischen, sozialen, psychischen und physischen Faktoren. Wir sind daher überzeugt, dass es andere Stellen als das Strafgesetzbuch gibt, an denen wir nachjustieren müssen. Am 12. Oktober 2017 ratifizierte die Bundesrepublik Deutschland die Istanbul-Konvention. Das ist jetzt auch schon fast drei Jahre her. Dass der Landesaktionsplan der Landesregierung zur Bekämpfung häuslicher Gewalt nach wie vor auf dem Stand von 2004 ist, möchte ich hier auch einmal erwähnen. 2004, das ist 16 Jahre her, in dem nichts passiert ist. Es wäre doch einmal eine Maßnahme, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn hier eine Überarbeitung und auch Anpassung an die Konvention stattfände. Diese steht im Übrigen auch im Range eines Bundesgesetzes und ist damit verbindlich für alle staatlichen Stellen. Sie kann damit auch als Auslegungshilfe für die Rechtsprechung dienen. Eine sinnvolle Maßnahme ist es aus unserer Sicht, dann auch Polizei und Justiz im Umgang mit diesem Thema zu Schulen Bewusstsein zu schaffen, damit dann solche Fälle nicht passieren. Den Polizistinnen und Polizisten, den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie den Richterinnen und Richtern muss man die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben. Werkzeuge, um diese komplexen Strukturen zu erkennen und die betroffenen Frauen rechtzeitig zu schützen. Wir wollen, dass Frauen wie auch Männer schnell und unkompliziert Schutz erfahren, wenn sie Gewalt erlitten haben. Egal, ob das jetzt physische oder psychische Gewalt ist, wenn man Stichwort Stalking denkt. Wir sind der Auffassung, dass wir viel erreichen können, wenn wir bei den präventiven Maßnahmen nachbessern, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit aufklären. Gewaltfreie Konfliktlösungen sind erlernbar, und wir sollten hier früh ansetzen. Bereits in den Kindertageseinrichtungen, in den Schulen und überall dort, wo Kinder in Gruppen zusammenkommen, in Vereinen außerhalb der Schule oder der Kita wird bereits schon viel getan. Wir müssen aber hier noch mehr tun und vor Ort unterstützen. Wir müssen auch Maßnahmen treffen, die Frauen schützen, die schon betroffen sind. Strafanzeigen müssen dann auch effektiv unterstützt werden. Den Frauen, die eine solche Anzeige stellen, muss dann auch umfassender Schutz angeboten werden. Da darf die Polizei nicht verhöhnen. Ich hoffe, das ist nicht so, wie Sie vermutet haben, verehrte Kollegin Böhm, öfter der Fall, sondern ich hoffe, dass das nur eine Ausnahme ist. Aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese Frauen nicht in täglicher Angst leben müssen. Auch Schutzräume müssen selbstverständlich in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt werden, wenn zumeist Frauen Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Schutzräume mit der notwendigen Beratung und natürlich auch den Angeboten einer Vermittlung zur medizinischen Beweissicherung. Auch hier gibt es schon gute Projekte wie den Frauennotruf in Frankfurt. Da müssen wir ebenfalls weiter und besser unterstützen, als es bisher getan wurde. Wir brauchen ein Register, das die Verfügbarkeit von Plätzen in Frauenhäusern bundesweit ausweist. Mir erschließt sich jedenfalls auch nicht, werte Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, wie sie auf zusätzliche 300 Frauenhausplätze kommen. Es sollte also möglich sein, dass eine Frau, die in Wiesbaden Schutz sucht, den vielleicht auch in Mainz bekommen kann. Insgesamt – und damit komme ich zum Schluss – teilen wir die Auffassung der Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, dass es Handlungsbedarf gibt. Es ist auch gut und wichtig, dass das Thema auf die Tagesordnung kommt. Wir müssen alle Bewusstsein schaffen und über Lösungen diskutieren. Wenn wir es schaffen, das Problem auch aus den Haushalten zu holen, ist das gut. Kollegin Gerste hat das schon angesprochen mit dem Code-Vort, das man in Apotheken nennen darf. Das haben wir als FDP-Frauenpolitische Sprecherinnen auch schon als Antrag bundesweit gestellt. Wir teilen jedoch nicht alle in diesem Antrag aufgeführten Forderungen. Deswegen werden wir uns bei dem Antrag enthalten. Wir finden es aber gut und richtig, dass wir hier darüber diskutieren und zusammen daran arbeiten, dass es eben nicht mehr zu solchen Frauentötungen kommen darf. – Danke. Vielen Dank, Frau Abg. Knell. – Als Nächster hat der Abg. Schad von der CDU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie, 23 Jahre alt, teilt ihm mit, Sie wollen ihn verlassen. Er gibt bei gutefrage.de ein, wie lange man beim Mord ins Gefängnis kommt, dann erschlägt er sie mit der Axt, zündet die gemeinsame Wohnung an. Sie hatte die Trennung schon ausgesprochen. Da taucht er überraschend in der ehemals gemeinsam bewohnten Wohnung auf. Er prügelt auf sie ein, tritt sie, greift sich einen Hammer und einen Haken. 20 Minuten lang dauert der Angriff. Die drei kleinen Kinder müssen es mit ansehen. Sie wurde 33 Jahre alt. Sie haben drei Kinder, sieben und fünf Jahre alt sowie sieben Monate. Sie streiten öfter. Er wirft ihr vor. Sie zeige dem ältesten Sohn und ihm zu wenig Respekt. Bei einem Spaziergang an einem Ententeich durchtrennt er ihre Halsschlagader. Ihre Leiche wirft er in einen Teich, beschwert sie mit Netzen und Steinen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist bereits angeklungen, durchschnittlich stippt in Deutschland alle zwei bis drei Tage eine Frau brutal durch die Hand eines Mannes, zumeist des Partners bzw. des Ex-Partners. Diese Frauen werden erschossen, erstochen, erstickt, angezündet, erwürgt und totgeprügelt, und das meist für sie am gefährlichsten Ort, wie Kollegin Böhm hat es gesagt, dem eigenen Zuhause. Hinter jedem dieser Taten stecken schlimmste Schicksale, und es schaudert einen, darüber nachzudenken, wie es den Frauen und auch den Kindern gegangen ist. Wut, Zorn, Rache, Gefühle, Eifersucht – diese Emotionen sind dem Menschen immanent. Sie gehören zu ihm. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Gradmesser für den Zivilisationsgrad unserer Gesellschaft ist es, wie es gelingt, einen Rahmen zu schaffen, in dem diese Eigenschaften klein gehalten werden. Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten einen guten Weg gegangen, Gewalt im Ungarn miteinander zurückzudrängen und zu ächten. Aber, wie diese schlimmen Beispiele zeigen – das sind ja keine Einzelbeispiele – am Ziel sind wir noch nicht. Ich bin nicht so naiv zu glauben, man könne eine völlig gewaltfreie Gesellschaft erreichen und häusliche Gewalt mit Mord und Totschlag als deren traurige Gipfel für immer komplett ausschalten. Aber es muss unser Anspruch sein, alles dafür zu tun, häusliche Gewalt zurückzudrängen und zu verringern. Dazu gehört, dass in der Öffentlichkeit über das Thema gesprochen wird. Da sind wir uns ja auch fraktionsübergreifend einig. Deswegen ist heute auch die Debatte wichtig. Dazu gehört, dass wir eine klare Sprache sprechen und dass wir klarmachen, kein Mann hat das Recht zu glauben, sich über eine Frau zu stellen, nicht in Hessen, nicht in Deutschland, nirgendwo. Dazu gehört, in Kindergarten, in Schulen, in Vereinen am Geschlechtsverständnis zu arbeiten, zu einem natürlichen Empfinden, dass kein Geschlecht dem anderen überlegen ist und dass geschlechterbezogene Überlegenheitsgefühle mit ihren Auswirkungen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Aber, sehr geehrte Frau Böhm, in diesem Zusammenhang möchte ich auch klar sagen, der in Ihrem Antragstekten enthaltene pauschale Satz »Unser Land sei eine patriarchale Gesellschaft« lehnen wir in dieser Undifferenziertheit ab. Dies wird unserem Land mit seinen Entwicklungen nicht gerecht, und es erschwert eine präzise Diskussion darüber, was sich an gesellschaftlichen Strukturen ändern muss. Denn wir müssen uns schon die Mühe machen, die einzelnen Fälle zu betrachten und über spezielle, milieubedingte Faktoren auch nicht hinwegsehen. Denn dort, wo noch immer patriarchale Strukturen vorherrschen, dort, wo Männer immer noch denken, dass Frauen ihr Eigentum seien, dort steckt auch das Risiko von Gewalt. Und es ist ja auch bereits angeklungen, in diesen Fällen ist es auch nicht richtig, von Beziehungsdrama oder Familientribüde zu reden. Es geht ja nicht um den eskalierten Streit über einen verkohlten Braten oder das ungespülte Geschirr. Es geht auch nicht um Privatangelegenheiten, sondern es geht um Mord und Totschlag und um dahinterstehende strukturelle Faktoren wie Abhängigkeit, Besitzansprüche und Sexismus. So muss man es auch benennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut und richtig, dass sich das Land Hessen auf breiter Front gegen Frauenmorde und häusliche Gewalt im Allgemeinen stark macht. Das Maß an Ausdifferenziertheit und Tiefe zeigt, dass sich Hessen, aber auch der Bund und die Kommunen schon lange und auch intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Darüber bin ich froh. Beispielhaft will ich einige Maßnahmen aufzählen, die bereits umgesetzt wurden, um insbesondere Frauen vor geschlechterspezifischer Gewalt zu schützen. Wir wissen, Frauen sind wesentlich häufiger als Männer von Gewalttaten durch Ex-Partner bzw. Partner betroffen. Um häusliche Gewalt besser und gezielter bekämpfen zu können, brauchen wir eine saubere statistische Erfassung. Das Kriminalamt nimmt deshalb im Bereich der häuslichen Gewalt bereits eine sehr detaillierte Aufschlüsselung nach Täter-Opfer-Beziehung vor. Dann braucht es Prävention und Intervention als wichtigsten Baustein, um häusliche Gewalt zu vermeiden. Hessen hat das Thema häusliche Gewalt deshalb in die polizeiliche Ausbildung integriert, bieten Fortbildungen und interne Schulungen zur Information und Sensibilisierung der Beamtinnen und Beamten an. Und diese können dann im Einzelfall vor Ort die Betroffenen auf vorhandene Hilfsangebote hinweisen. Die Statistik zeigt, die Hilfsangebote, die insbesondere für Frauen zur Verfügung stehen, werden angenommen. Im Jahre 2013 hat der Bund beispielsweise das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen eingeführt. Auch im siebten Jahr in Folge ist die Zahl der Beratungskontakte gestiegen. Ich hatte damals die Gelegenheit, bei dieser Einführung das Parlamentarische im Bundestag zu begleiten und weiß auch, mit wie viel Hingabe zu dem Detail und wie viel Präzision da am Ende auch gearbeitet wurde und man sich überlegt hat, wie man das verfügbar machen kann. Im Jahr 2019 waren es am Ende 45.000 und damit 6,5 % mehr als im Vorjahr, allein 20.000 davon zum Thema häusliche Gewalt. Es muss unser Ziel sein, dass noch mehr Frauen den Mut finden können, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Dabei helfen bundesweite öffentlichen Kampagnen wie etwa Sicher die Hilfe oder Wir brechen das Schweigen. Auch hilft Hessen seit Langem durch gezielte und vielfältige Unterstützung. Wir haben ein flächendeckendes Netz an Opferberatungsstellen sowie an Frauenberatungs- und Interventionsstellen. Wir stellen den Landkreisen und kreisfreien Städten für Frauenhäuser, Interventionsstellen, Frauenberatungen, Notrufe, Schutzambulanzen, der Täterarbeit und zum Schutz vor Gewalt an Kindern und Jugendlichen hohe finanzielle Mittel zur Verfügung über die Kommunalisierung. Im Aufbau befindet sich das Pilotprojekt, ein neues zugehendes Beratungsangebot von FAM e.V. Wir haben das Projekt MOBI, das Frauen auch bei der Unterbringung in Frauenhäusern unterstützt. Wir fördern die Beratungsstelle Gewaltfrei Leben des Vereinigten Burgen Rainbow. Wir haben das Angebot Hessen gegen Ehrgewalt ins Leben gerufen. Hessen steht derzeit mit 727 Frauenhausplätzen an dritter Stelle im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Frau Böhm, da stimme ich Ihnen zu. Da ist sicherlich das Ende der Fahnenstange aber auch noch nicht erreicht. Deshalb, um noch mehr Frauen Schutz geben zu können, stehen in den Jahren 2020 bis 2023 jährlich 2,1 Millionen € aus dem Bundesförderprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen für den Aus- und Umbau von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen zur Verfügung. Diese Mittel werden wir ab dem kommenden Jahr, ab 2021, durch eine Kofinanzierung des Landes zu ergänzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bekämpfung von häuslicher Gewalt, die Schaffung von Strukturen, die Frauenmorde verhindern, ist und bleibt ein wichtiges Thema. In den vergangenen Jahren ist unser Sicherheitsnetz weiter gewachsen. Recht gute Strukturen haben sich herausgebildet. Dies schaffen wir durch Gesetze, durch eine effektive Strafverfolgung, durch die Einrichtung von Beratungsstellen, durch Frauennotrufe und die genannten Programme. Es gelingt uns auch durch die schrittweise Umsetzung der Übereinkommen aus der Istanbul-Konvention. Wir sind der Landesregierung und allen anderen, die sich engagieren, dankbar für ihr Engagement. Gemeinsam mit dem Bund und den Kommunen müssen wir diesen Weg weitergehen. Ich habe es gesagt, am Ziel sind wir noch nicht. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht, schon seit langem, und das stimmt positiv. Und wir sind natürlich, und das sage ich als Mann, auch im besonderen Maße gefordert. Denn die Debatte darf sich nicht alleine auf weibliche Opferrollen fixieren, darf nicht den Handlungsbedarf allein auf der Seite der Frau suchen. Gewalt gegen Frau ist keine Frauensache. Gewalt gegen Frauen fängt bei Männern an. Sie ist das Resultat eines schädlichen Verständnisses von Männlichkeit. Dort, wo dies vorkommt, muss dagegen auch entschieden widersprochen werden. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schad. – Vielen Dank. Vielen Dank.